Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Let's Play Team Fortress 2. Und zwar heute mit Bots. Auf meiner Lieblings-Map. Ja, ich hab mir gedacht... Sekunde... Ich hab mir gedacht, mach doch mal ein Let's Play Team Fortress. Wir sehen keine Leute, wir nehmen Team Blue. Hängt jetzt vielleicht ein bisschen. Aber, wie wir sehen... Ja, werden hier die ganzen Klassen gewählt. Wir nehmen Sniper. Du sagst es, Kollege. Mit Bots ist es eigentlich relativ einfach zu spielen. Sie sind, glaube ich, auf Schwierigkeitsstufe 2, also normal. Und ja, sie reagieren auf. Ja, das hängt jetzt nicht mehr... Ja, so. Der KLaDOS. Wir gehen hier von dieser Seite. Wo schon die ersten Sentries aufgestellt werden. Wie wir hören. Ja. Mission startet in 30 Sekunden. Noch. Dann geht sie ja ab. Kann ich nicht. Ja. Okay. Ist alles so, wie ich es haben möchte. Mission startet in 10 Sekunden. Ja, ich habe hier nämlich noch eine andere Waffe. Drei. Zwei. Ein. Jetzt, was wird uns hier draußen erwarten? Also, ich habe noch eine andere Waffe. Aber mir da kann man keinen Headshot geben. So, gleich schon den ersten Headshot. Ein bisschen überschreiten die Sun Traps. Ja, genau. Ignoriert uns. Lasst uns brennen. Snipe mal hier mal ein bisschen raus. Ein Köl besetzt und das ist ein Headshot. Da hinten. Aha. Sentry Gun. Film mal zu dem hier. So, gut. Der hat die Dispenser hier jetzt auch schön weggemacht. So, gehört. Ein Spielunterricht zu uns gehört. Wer ist ein Spiel? Ich habe sie wirklich. Fail. Total verkackt. Und warum sind wir vorne mit 6 Punkten? Was ich auch sehr mag, ist, äh... Man trust machine. Da kann man sehr schnell schöne Sachen freischalten. Vor allem als Engineer. Ja. Spielt ihr auch Team Fortress? Schreibt es in die Kommentare. Bestimmt, ich bin das einige von euch. Ja. Gut. Sie haben hier einen Sniper. Boah. Ha. Heuer Kölz. Das sind meine Leute gut. Ha. Ha. Heuer Kölz. John startet in 60 Sekunden. Ich bin jetzt hier nochmal einen kleinen Teil, würde ich sagen. Der Map hier. Kein einzigen Tod. Oh. Ein Tod. Sekunde. Gut. Spion startet in 30 Sekunden. 5 Minuten. Äh... 6 Minuten nehme ich schon auf. Noch 30 Sekunden bis zum Start der Mission. Vielleicht sind wir wieder so gut. Ich bin voll geladen. Ja, der Manager ist schon voll geladen. Spion hier. Die Mission startet in 10 Sekunden. He. So, hoch snipen. Vielleicht steht da auch ein schöner. Hoch snipen. Zieh mal das an. Wir sitzen hier runter. Da hinten vielleicht ein bisschen. Er hängt vielleicht ein bisschen. Ach, geh mal einfach hier zur Proxys, darf ich jetzt Stunden bis er kommt? Oh. gut Nein vielleicht ist es ein bisschen schnell, ich bin nicht so der Profi Let's Player So, geben wir mal eine Runde nach oben Hier oben ist bestimmt ein Sanitäter Wir geben die Priorität mal eine Hedge Ach, ich bin so nahkommt, finde ich auch wehrlos als Sniper. Ich bin bestimmt so still, oder? Ich bin heute nicht so der erfahrenste Let's Player. Vier Kills, und das kriegen schon mal besser. Leute, achtet doch rein! Pyro! Sanitäter! Sanitäter! Ah, der Sanitäter ist doch scheiße. Ich glaube, ich bin viel zu nice. Ich muss mich hier auch ein bisschen auf Spuren konzentrieren. Ich spiele erst seit neuneinhalb Stunden den Sniper. Kompliment, du schaffst das! Ich... Ja. Puh, das ist doch ein bisschen... Ja. Vielleicht sollte ich mal die Schwierigkeitsstufen von den Bots runterstellen. Aber ich bin keine Pussy und spiele auf easy. Wie das so auf Exporte ist. Wie das so auf Exporte ist. Sanitäter! Aber wir sitzen jetzt noch ein bisschen fest. Ich habe das Gefühl. Ha! Was war das denn? Schön gelöst! So! 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 Gleich der nächste Headshot! So! Irgendwie ist Entrygun weg! Und jetzt? Hä? Was machst du jetzt? Was? Was? Die da hinten haben mich gesehen. Da hinten haben mich gesehen. Ja, das ist ein Dispenser! Da rumgeschafft! Und alle guten Dinge zentral! Perfekt! Ich rufe mir den Sanitäter und... Da oben ist ein Sniper! Wo ist der Sanitäter? Noch 5 Minuten für die Mission! Noch 5 Minuten für die Mission! Noch 5 Minuten für die Mission! Und dann... Ja... Ist Ende der Aufnahme! Sanitäter! So, schön hier verstecken! Und noch Sniperpumpen aus... äh... Ausschau halten... Ha! Ha! Ich war ein Tötungsalvor! Ich hab jetzt schon 8 Kälte und auch noch den Kopfschüsse! Long John Manner, das schaffen wir! So! Ich schließe euch extra in die Luft! Oben noch mal eine Runde Munition holen und dann geht's ab! Danke, Kollege! So! 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 Oh. Oh. Danke, Kumpel! Schön bedankt! Bistisch gehört! Schade, dass ich mir jetzt keine Spy-Meldung machen kann! 31! Auch meine Handy-Uhr! Ach doch, stimmt so! Gut, dann wird die Aufnahme jetzt beendet, Leute! Ciao!